Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Herzlich Willkommen beim Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich habe heute zwei liebreizende Herren rechts und links von mir. Jürgen Beiswanger, der Kooperationspartner bei mir mit im Maren Fromm-Institut ist. Und Rainer Maria Sixt aus München. Und wir sind beide wiederum Kooperationspartner bei Nazmichnig von Henning und Regina Schrott. Darüber haben wir beide uns kennengelernt. Haben jetzt verschiedene Videos eingespielt, die ihr auch auf dem YouTube-Kanal von mir findet. Oder auch dann auf der Website von Rainer. Und ja, ich habe die zwei Herren dazu eingeladen, weil ich es sehr spannend fand, weil es zwei Kooperationen ja im Grunde genommen sind, die hier jetzt aufeinandertreffen, zum Thema, was bedeutet Kooperation für dich? Weil ich glaube, dass viele Menschen noch Angst vor Kooperationen haben. Aber jetzt möchte ich euch beide erstmal grüßen. Herzlich willkommen Rainer, schön, dass du da bist. Hallo, Rainer, grüß dich. Und hallo Jürgen, auch schön, dass du da bist und uns schon den ganzen Tag begleitest. Ich freue dich ganz meinerseits und nochmal offiziell auch nochmal, hallo Rainer. Ja, ich bin auf das Thema, was bedeutet Kooperation für dich gekommen, weil ich feststelle, dass Kooperation gar nicht immer so einfach ist und vielleicht auch unterschiedliche Sichtweisen dazu da sind. Und ich mag ganz kurz erzählen, wie ich zum Thema Kooperation gekommen bin, was es für mich bedeutet. Und zwar habe ich ja im Februar 2020 meine Praxis gegründet und saß dann im November bei mir in der Praxis und habe überlegt, Also das, was ich mache, ist ja schon alles toll, aber ich bin nicht für jeden Mensch die Richtige. So, vielleicht bin ich mein Wesen, vielleicht bin ich manchen zu laut, manchen zu leise, manchen zu extrovertiert oder auch so introvertiert. Wobei introvertiert stimmt auf mich jetzt nicht so ganz. Aber es gibt Fahrt oder möglicherweise Wesenszüge an mir, die für andere Menschen nicht richtig sind oder nicht passend. Und richtig und falsch finde ich da immer einen falschen, schlechten Begriff. Also ich bin vielleicht nicht für jeden Menschen passend und habe, weil mir das Thema Wege des Herzens und dass Menschen ihren Weg des Herzens gehen, Die Entscheidung getroffen, andere Menschen, die ich kenne und die ich wertschätze, zu fragen, ob sie nicht Lust haben, mit mir zu kooperieren und im Institut zusammenzuarbeiten. Und daraus ein tolles Gesangpaket für Menschen zu machen. Also dass Menschen Zugriff auf verschiedene Menschen und Wesen und auch an verschiedenen Standorten haben, geballt dann hier im Institut, um das für sich zu nutzen. Genau. Und jetzt würde mich mal interessieren, zum Beispiel Jürgen, was hat dich das denn mitentscheiden lassen, dass du dazu gekommen bist? Oder auch Rainer, was bedeutet Kooperation für dich? Weshalb ist deine Entscheidung zum Beispiel auch für den Arzt mich nicht gefallen? Jetzt dürft ihr beide euch einigen, wer anfängt. Nachdem du den Jürgen erst angesprochen hast, darfst du anfangen, Jürgen. Okay, gerne. Also bei dem Stichwort Kooperation, als wir da in das Gespräch eingestiegen sind, kann ich zunächst einmal für mich der erste Eindruck, wir kennen uns schon sehr lange sehr gut und auch sehr positiv, dass mir gleich klar war, also das interessiert mich, da will ich mich, wenn es eine Möglichkeit gibt, das so zu machen, dass das Geflügelwort Win-and-Win-Situation entsteht, dass ich da gerne dabei bin. Weil das, denke ich einfach, ist Sinn und Wesen von einer Kooperation, wenn man kooperiert, wenn man zusammenkommt, wenn man zusammen was macht, dass beide, idealerweise, alle drei einen Mehrwert davon haben. Du fürs Institut, ich für mich, jetzt in dem konkreten Fall, dass du mir die Chance gibst, in einem geografisch ganz anderen Korridor mich zu zeigen, mich zu präsentieren und mein Angebot einer Zielgruppe nahezubringen. Und natürlich ganz als drittes, oben auf, für die Menschen, die zu dir ins Institut kommen, dass die sehen, okay, da ist so eine Vielseitigkeit geboten, da ist die Maren selber, da ist jetzt der Jürgen, der seine Workshops macht, da sind so viele interessante Personen. Aus diesem Buffet, der finde ich für mich so viel Spannendes und Interessantes, das ist so ein tolles Institut. Und dieser Dreiklang, also das ist für mich der Idealfall von einer Kooperation. Mhm, okay. Ja, das ist Spannende, genau. Also ich habe, sehe das auch so, und da kommen bei mir noch ein paar Sachen dazu. Also zunächst einmal ist bei mir so, ich bin generell einfach interessiert am Menschen. Und jede Kooperation, die zustande kommt, so wie wir uns jetzt kennengelernt haben, so wie wir uns heute kennengelernt haben, da macht es einfach großen Spaß, sich auszutauschen mit Menschen, die wieder zu einem anderen Thema, also aufgeräumt haben und man sich auf gleicher Ebene gut unterhalten kann. Und das habe ich gelernt, also am Ende des Lebens zählt die Begegnung mit Menschen. Und wenn man uns da unterhalten und sich trifft, dann nimmt man das sehr Leben lang mit. Und das finde ich einfach sehr bereichernd und erfüllend für mein Leben, andere Menschen kennenzulernen und mit denen in Interaktion zu gehen. Und zur Kooperation dann noch zusätzlich, also das sehe ich auch so, das ist ja wie eine Partnerschaft. Man geht in Beziehungen zueinander und unsere Partnerschaft, unsere Kooperation, die besteht aus ausgeglichenen Geben und Nehmen. Also jeder hat was, das er gibt, der andere hat was, das man nimmt. Und dazu muss man dann natürlich auch erstmal da durchsehen durch das Thema, das man loslassen kann, weil nur dann kann man auch annehmen, also das man gerne gibt oder auch gerne nimmt. Und dann sehe ich das so, dass auch der Austausch zu den Themen, die wir haben, für die sehr Wohltuend ist, immer wieder mit dem Wissen, dass wir Menschen uns alle eines eint, nämlich, dass wir die gleichen Bedürfnisse und Gefühle haben. Und welche sind das? Ja, und aufgrund dessen sich nämlich der Missbrauch auch immer ähnlich äußert in den Symptomen. Und das ist so schön, das festzustellen, aha, wer hat welche Geschichte, das finde ich interessant, und sich dann daraus, also voneinander lernen zu können. Wie hast du gemacht, was machst du bei den Klienten und so eine Supervision zu gehen und so weiter und so fort. Und wie war denn die Frage? Was sind unsere Bedürfnisse? Also du hast gerade gesagt, dass unsere Bedürfnisse alle eigentlich gleich sind. Ja, also, was haben wir denn für Bedürfnisse, die typischen, die wir eben haben, nach Zugehörigkeit, nach Sicherheit, nach Liebe, nach Anerkennung, Gemeinschaft, nach Austausch und wir Menschen sind soziale Wesen und so tut es eben gut, wenn man sich da austauscht und, ja, oder so die grundlegenden Bedürfnisse, die wir ja früher, also nach Essen, Trinken, unseren Körper spüren und so weiter und so fort. Und also auf dieser höheren Ebene eben, dass man das Bedürfnis hat, sich mit Menschen also zusammen, zugehörig austauscht. Und das, was man eben meistens in den eigenen Familien nicht erlebt, sich dann eben über so eine Kooperation, so seine eigene Familie bilden kann und daraus auch Freundschaften entstehen können, weil es gibt Schöneres, also Menschen, die sich so begegnen und zwar ohne Bedingung, einfach weil man sich kennenlernen will, um voneinander zu lernen. Und das andere, was natürlich dazukommt, ist, auch davon zu profitieren, wie bei dir das jetzt gerade gesagt habt, es kommen ja da auch Menschen, die unsere Hilfe suchen und vielleicht dann eine Frau sagt, ich will nicht zu einem Mann, weil es eben irgendwie Missbrauch beim Mann erlebt hat, sondern dass es dann eben andere gibt, wo man einfach dann mehr Vertrauen von Anfang an entsteht und das dann einfach besser ist, wenn man mit einer Frau zusammenarbeitet oder mit einem Mann oder wir eben. Und daraus kann es eine Kooperation entstehen, so wie mit der Nahrts mich nicht seid, ich zum Beispiel, dass wenn jemand kommt, der eine Frau, die vielleicht einen narzisstischen Missbrauch von ihrem Vater oder vom Mann erlebt hat, die wird vielleicht nicht so gerne zu mir kommen, und so weiter, sondern dann auch gerade mit der Kooperation oder so, dass ich eben auch dann schauen will, dass Männer das Vertrauen dann auch kriegen und sagen Mensch, das ist ein Mann, der traut sich raus mit ihm, der schämt sich nicht, dass er den Missbrauch erlebt hat, der kennt, wie der rauskommt und das geht dann vielleicht besser, wenn dann auch Männer da sind und Frauen da sind und so weiter. Ja, was ich auch wichtig finde beim Thema Kooperation und das ist mir, also jetzt spreche ich fürs Institut im Besonderen, ist mir wichtig, dass wir weg müssen oder dürfen vom Thema der Konkurrenz, also, sondern wir dürfen hin zu der Sichtweise, also dass es uns ergänzt und dass es uns eine Bereicherung ist, eine Kooperation und dass etwas nicht nur auf einer Schulter getragen werden muss, sondern es vielleicht auch mehrere Schultern tragen und weil wir ja auch gerne eine Gesellschaft sind, die glauben, ich muss alles lernen, ich muss alles können und als ich damals im November da saß und überlegt habe, okay, welche Fortbildung mache ich als nächstes, habe ich dann mal die ganzen Fortbildungen angeguckt und habe überlegt, oh Himmel, das kann ich gar nicht alles lernen und das will ich auch gar nicht alles lernen, auch wenn das super interessante Themen sind und diese Menschen dann einfach auch mit ins Boot zu nehmen, selbst wenn Menschen die gleiche Ausbildung haben wie ich oder eine ähnliche Ausbildung haben wie ich, haben sie trotzdem einen anderen Stil als ich und dann kann ich auch an diesen Menschen verweisen oder wenn so wie du wohnst in Heubach, das ist bei Aalen in der Nähe, dann kann ich sagen, hey, wenn du dort aus der Ecke kommst und zufällig über das Internet auf uns gekommen bist, dann versuch doch mal beim Jürgen, ja, also den kannst du dann vielleicht auch privat treffen, der macht tolle Coachings in der Natur draußen oder so oder halt die Workshops dann auch und das finde ich den Vorteil auch für mich als Veranlassende von Kooperationen, ich muss nicht alles allein auf meiner Schulter tragen und ich habe diesen Druck auch nicht mehr, ich muss das alles jetzt noch lernen, um meinen Kunden alles anbieten zu können, was mir wichtig ist, was ich für Variabilität und Flexibilität hier anbieten möchte. Ja, genau. Sehe ich genauso und ich habe es ja vor einem Jahr, als wir uns da schon mal drüber im Podcast unterhalten haben, gesagt, ich sehe mich ja auch irgendwo als Puzzleteil, also weit weg von diesem Konkurrenzdenken, wo du vorhin erwähnt hast, weil mir ist ganz klar bewusst, jeder Mensch, der sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, der auch eine Baustelle hat und Coaching sucht oder Hilfe sucht, er wird nicht, wie er vielleicht ein ganzes Leben lang den gleichen Zahnarzt oder Hausarzt hat, das ganze Leben den gleichen Coach suchen, er guckt da, wer hilft mir weiter mit welchem Tool, es ist da so ein Probieren und Nehmen und Geben und da sehe ich mich einfach als Puzzleteil im Angebot von vielen, in den Tools von vielen, wo der Mix da auch was ausmacht und das finde ich da schön, wenn ich mich da einbringen kann, auch mitbekommen kann, was da andere anbieten, wo ich sagen kann, wenn ich jemanden entsprechend weiß, wo da seine Baustelle hat, wo ich sagen kann, Mensch, da weiß ich aber jemanden im Institut, da kenne ich jemanden, wo da was hat, wo da wirklich sowas von drauf passt, wo da sowas von weiterhelfen könnte und einfach aus dieser Gesamtheit heraus bieten sich einfach ganz andere Möglichkeiten und das wollte ich eingangs auch noch erwähnen, es geht auch ein bisschen von dieser Berechnung wegzukommen, wenn ich da reingehe, was habe ich davon, sondern es ist ganz automatisch, dass aus der Summe heraus ein Mehrwert entsteht, wo ich meinen Teil dazu beitrage und wo ich von anderen aber auch wieder, sei es aus so wunderschönen Gesprächen, wie wir heute hatten oder aber auch aus Informationen über was machst du genau und wie funktioniert das genau, der was mitnehmen kann, aber das mal ganz ohne diese Berechnung, was habe ich davon jetzt, wenn ich in diese oder überhaupt in eine Kooperation reingehe, sondern da wirklich aufzuschauen, wo kann man hier generell mehr Werte schaffen. Genau, weil das, was ich dann irgendwann bekomme, das kommt automatisch, wenn ich mit Herz dabei bin, so sehe ich das. Genau, und das kann man dann auch sagen, also im tiefsten Inneren von uns, was uns ja antreibt, ist, dass wir aus der Liebe handeln. Also aus der Liebe zu anderen Menschen, denen zu helfen, dass die auch diesen Weg schaffen, den wir geschafft haben, weil wir wissen, wie es geht und für die Wegbegleiter zu sein. Und da draußen gibt es so viele Menschen, die Hilfe brauchen. Und da geht es dann darum, dass wir eben eine adäquate Hilfe anbieten können und die immer noch besser wird, wenn sich diejenigen, die aus der Liebe handeln und die Methodenkompetenz haben, anzuhelfen, dann einer austauschen und voneinander lernen. Und dann generiert man ein starkes Netzwerk, wo man sich miteinander verbindet. Und das nehme ich mir so gern diese Metapher, also wo sich diese Lichter verbinden und um diese Kugel so ein Netzwerk an Lichtern immer mehr wird und sich darum spannt. Und dass diese Anziehungskraft aus dieser Stärke des Netzwerks entsteht, dass die Menschen auch, dass wir dann auch attraktiv werden für die, also anziehend werden, dass die dann auch spüren, aus dem Gefühl, da liege ich richtig, die helfen mir wirklich. Die machen es nicht nur, weil sie Geld verdienen wollen, sondern die machen es einfach, weil die Menschen lieben und die Methodenkompetenz haben, uns helfen zu können. Und da entsteht, denke ich schon, also so ein Netzwerk, einfach eine größere Anziehungskraft für die Menschen, die uns brauchen können oder denen wir helfen können. Ja genau, also das finde ich auch das Spannende hier im Institut. Also auf der einen Seite ist es das Institut mit dem Stammsitz in Wallenschönbuch, ja. Und auf der anderen Seite haben wir, also es gibt nur fünf, sechs Leute, die hier in einer näheren Umgebung wohnen vom Institut. Und alle anderen, also wir haben in Heidelberg welche, wir haben welche in der Schweiz. Wir haben Dich in Heubach, das ist auch eine gute Stunde von hier, ne länger sogar, eineinhalb Stunden sogar von hier entfernt. Es nimmt so einen weiten Rahmen ja ein, dass da auch deutlich wird, ja, wir breiten uns aus so ein Stück weit. Und was durch die Kooperation auch entstanden ist oder durch dieses Netzwerk, das entstanden ist, ist ja auch das Festival Wege des Herzens zum Beispiel, an dem auch zum Beispiel Kooperationspartner vom Institut, aber auch von Naatsmüchlich zum Beispiel teilnehmen. Und das ist, finde ich, etwas, wenn Kooperationspartner und Partnerinnen zusammenfinden und also wir hier im Institut ist es unter dem Credo Wege des Herzens und es ist auch unter der Ansicht, dass jeder bestmöglich seine Themen schon aufgeräumt haben sollte und dann in die Menschen, zu den Menschen geht. Und bei Naatsmüchlich ist es ja unter dem Credo, wir kümmern uns gegen Gewalt ohne blaue Flecken, ja. Und auch da Naatsmüchlich Initiative für gewaltfreie Beziehung, dass sich nicht mehr gegen etwas aufgebäumt wird, sondern für gewaltfreie Beziehung. Und das ist, glaube ich, etwas, was so wichtig in unserer Gesellschaft ist, dass wir alle ein Für und ein Warum haben, warum wir diesen Weg gehen. Und wer sich hier auf Kooperation einlässt, sollte aus meiner Sicht das verinnerlicht haben. Also ansonsten brauche ich keine Kooperation einzugehen. Wenn ich eine Kooperation eingehe, um nur einen Vorteil für mich zu ziehen, weil Maren nimmt mich mit auf die Website oder Regina nimmt mich mit auf die Website, ich muss aber sonst hier nicht mehr tun oder mich nicht weiter einbringen, ich miete halt ab und zu den Raum, dann ist man bei mir zum Beispiel in der Kooperation falsch, wenn man keinen Teamgeist auch hat. Weil ich, so wie du das mit der Lichterkette genannt hast, ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Energien miteinander wirklich verbunden werden und miteinander gehen können. Und wenn jeder aber nur sein Ding macht, wird es auch mit der Kooperation aus meiner Sicht schwierig. Dann ist es doch sehr einseitig, würde ich, so würde ich es beschreiben. Ja, der Austausch ist halt auch wichtig und die Menschen da draußen, die brauchen auch das Vertrauen und die Sicherheit, dass sie gut aufgehoben sind. Ja. Die müssen wissen, da steckt große Kompetenz dahinter, die haben große Erfahrung, die haben das gelernt und die tauschen sich untereinander aus, wenn man selber nicht weiter wissen, weil wir sind auch nicht perfekt und lernen immer noch dazu. Und so dass man dann weiß, oh, was könnte denn das sein, worum geht es denn da wirklich, also bei irgendwelchen Themen, wenn jemand mit einem Thema kommt und man kommt nicht gleich drauf, was liegt denn wirklich da dahinter, dann kann man sich da gut austauschen und dann zu guten Lösungen kommen. Es ist auch ganz wichtig, um bei dem Beispiel von der Lichterkette zu bleiben, dass ich weiß, das Licht hier und hier und hier in der Lichterkette, das hat diese Qualität, das hat diese besondere Ausstrahlung und das entsteht eigentlich auch nur durch den Austausch und nicht, wenn ich sage, okay, so wie du es gerade im Extremfall geschildert hast, jetzt bin ich halt mal auf der Website und warte, was mir da zufliegt. Genau. Und das ist auch immer dann der Mehrwert, was der Kooperation entsteht, wenn ich eben weiß, die Lichter um mich herum, die stehen für diese Qualität, ich leuchte für diese Qualität und ich kann helfen und gut tun, wenn ich weiß, dieses Licht bringt es mit ein und kann da helfen, wo ich nicht weiterkomme, im umgekehrten Fall auch und so sehe ich einfach Kooperation. Ja und was ich mittlerweile auch toll finde, also ich meine, also sowohl nahrscheinlich wie auch wir hier, das Institut, wir sind mitten in der Pandemie gegründet worden, also wir, also das Institut, ein Jahr nachdem ich meine Praxis eröffnet habe und das war mitten im zweiten Lockdown und dass es dann natürlich Schwierigkeiten oder Anlaufschwierigkeiten gab, weil Lockdown war und Betretungsverbot oder ja, also verschiedene Dinge, die es einem auch schwer gemacht haben, aber was sich mittlerweile auch daraus entwickeln durfte, ja, finde ich total schön, dass für das Business Coaching wir Pakete mittlerweile schnüren oder also hier jetzt zum Beispiel im Institut finden, ja, ist ja eine Mischung aus Coaching, aus Pädagogik und aus Heilarbeit, energetischer Heilarbeit und dass wir da gerade dabei sind, gemeinsame Pakete zu schnüren, wo wir sagen, das bieten die und die gemeinsam an. Und das ist etwas, was ich total schön finde, dass du auch, also Aufträge nicht mehr alleine machen musst oder ja, willst vielleicht auch. Ja, genau, oder es kommt jemand und kommt mit einem Thema, wo man sagt, oh, pff, kenne ich, aber ich bin jetzt da nicht der Beste darin, aber ich kenne jemanden, der kann dir sicher weiterhelfen. Also aus der Liebe, also aus der Liebe, in erster Linie muss da stehen, aus der Liebe oder für uns mit dem Beruf, den wir machen, die Liebe zum Menschen. Ja. Und denen bestmöglich helfen. Und wenn ich dann merke, oh, das ist jetzt gar nicht so mein Thema oder du würdest jetzt zum Beispiel als Frau oder als Mann wie auch immer bei mir gar nicht so gut aufgehoben sein, weil das schwierig wird für dich Vertrauen zu mir aufzubauen, weil du halt nur in dramatischen Verhaltensmustern dich bewegst. Und dann sagen, aber ich kann dir jemanden empfehlen bei deinem Thema, die da richtig, richtig gut ist. Ja. Oder der da richtig gut ist, weil der mit Essstörungen sich darauf konzentriert oder wie auch immer und dann einfach Menschen, die Hilfe suchen kommen, dann wirklich weiter empfehlen und darauf vertrauen, dass ein Kooperationspartner, wenn jemand kommt, bei einem Thema, wo ich einfach Experte drin bin, dass der mich weiter empfiehlt und sagt, bei dem bist du gut aufgehoben. Ja genau, das ist, also es gibt ja so Netzwerke, für die man viel Geld zahlt, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wo, also wo sich ja wöchentlich zum Beispiel treffen und wo dann untereinander genau sowas auch gemacht wird. Und ich finde, dass sowas viel mehr Natürlichkeit gewinnen sollte. Ja, also, ähm, natürlich bringt uns das vielleicht, wenn man, also, wenn man gerade am Aufbau der eigenen Selbstständigkeit ist und Existenzgründung, dann ist das sicherlich manchmal herausfordernd zu sagen, Ähm, okay, nee, da wage ich mich jetzt nicht dran, ähm, da lasse ich jemand anderes dran, aber es ist auf der anderen Seite eine große Stärke, das zu sagen, obwohl einem selber vielleicht ein guter Auftrag aus dem, also, wegfällt. Und doch bin ich auch davon überzeugt, dass genau das der richtige Weg ist, ja, also dann, wenn ich mir in irgendwas noch nicht ganz sicher bin, den anderen dann in seiner Expertise hinzuzuholen, egal was ich verdienen würde oder nicht. Das Geld muss in dem Moment, auch wenn wir davon leben, im Hintergrund stehen, sondern der Mensch muss im Vordergrund stehen. Ja, ich wage es nicht mal zu behaupten, oder ich wage es nicht mal zu behaupten, dass da einem ein Auftrag und Geld durch die Latten gehen würde, weil ich glaube, der Mensch spürt, der, wo mir gegenüber sitzt, äh, der spürt oder hat Antennen dafür, ob ich, äh, Experte für sein Thema bin, ob ich authentisch bin, ob ich der Problemlöser für sein Problem bin, oder nicht. Und ich glaube, da, wenn wir die, äh, Gegenüber nicht unterschätzen, das spüren, die sehr gut, und, äh, dann, äh, diese Authentizität zu haben und diese Ehrlichkeit, ähm, und vor allem, dieses Wissen im Hintergrund, ich habe Leute, wo dir aber besser helfen können, das halte ich jetzt für viel entscheidender, als wie, dass ich mich da jetzt verbiege und krumm mache und in dem Moment auch mit Sicherheit nicht mehr so gut rüberkomme, dass ich da jetzt irgendeinen Auftrag des Auftrags, wenn es nur an Land ziehen könnte. Ja, so wie bei jedem guten Unternehmer, wenn er gut sein will, der dann ihm sagt, wenn er einen Auftrag kriegen würde, der ihn überfordert, weil er vielleicht da was macht, das er noch nicht gemacht hat, und die Erfahrung nicht hat, und dann viel länger dafür braucht, irgendwas aus, auszuführen, und dafür viel mehr Geld dafür verlangen muss, da hat er selber nichts davon, und der Kunde genauso wenig, also, und das sehe ich auch so, ehrlich werde da am längsten, und überhaupt Kunden, Klienten, oder Menschen, die uns aufsuchen, die hast du völlig recht, die spüren das. Definitiv. Die wissen alles, ob du was kannst, ob du dein Richtiger bist, und wenn du es nicht bist, und den Auftrag trotzdem annimmst, dann wirst du nicht erfolgreich arbeiten können, und das spüren sie, und dann hast du gar nichts davon. Lieber weiterempfehlen, und dann von jemand anders hast du dann auch eine weiterempfehlung bekommen, und so, dann das Bestmögliche für dich. Wir hatten das Thema ja vorhin auch schon, wie aus dem direkten Gespräch dann auch der Klientenauftrag oft entsteht, und das sind die ersten 1, 2, 3 Minuten, und deswegen sage ich, das merken die Leute sehr schnell, ob ich der Experte für sie bin, der Ansprechpartner, ob die Chemie die Basis stimmt, und deswegen, also das wäre, da irgendwas festzuklären, wo ich quasi dieses Geschenk einer Kooperation habe, wo ich sage, Moment, ich könnte da ganz ins obere Regal greifen und denen die Beste rausholen, also das ist ein Mehrwert, den wir bieten können, das ist nichts, was uns verloren geht. Ja, und ich glaube auch, also mir geschwirrt die ganze Zeit der Begriff Karma im Kopf rum. Ja, also wenn ich etwas tue, was eigentlich schädlich für den Klienten ist, weil ich da noch nicht gut genug drin bin und hilfreich genug bin, dann ich glaube, dass sowas zurückkommt, ja, und sei es dann dadurch, dass es keine Weiterempfehlung zum Beispiel gibt oder irgendetwas anderes, ja, also deswegen ist es wirklich wichtig, immer ehrlich und authentisch zu sein, also das war ja der Grund zum Beispiel, weshalb ich meine erste Selbstständigkeit aufgegeben habe, als ich dann allein erzieht wurde, war für mich klar, ich will meine Kunden nicht anlügen müssen und ihnen irgendwelche Geschichten und Märchen erzählen, warum ihre Kinder jetzt weiterhin zu mir in die Förderung müssen, obwohl sie das nicht müssen, weil mein Ziel schon immer, wirklich schon immer war, ich möchte, dass die Menschen fliegen lernen, ich möchte, dass sie ihre Flügel ausbreiten und selbst frei fliegen und das kann ich nicht, wenn ich lüge oder wenn ich Dinge tue, von denen ich keine Ahnung habe. Ja, genau, oder so wie wir es heute auch schon besprochen haben, dann unter Umständen einen vergifteten Auftrag annehmen, dass man zum Beispiel, also dazu instrumentalisiert wird, als Business Coach oder als Personal Coach, also Mitarbeiter oder Menschen noch zu eher Höchstleistungen anzutreiben und die zu motivieren oder so, und die Spur zu bringen. Ja, also da muss man wie jeder gute Unternehmer zu dem einen oder anderen Auftrag einfach nein sagen. Ja, egal was daran hängt oder was man glaubt, das ist es ja immer. Ja, es ist ja so, da darf man dann sich sein Ego angucken. Was glaubt mein Ego gerade, was daran hängt? Ja, genau. Oder ist das jetzt wirklich schlimm, wenn ich das absage oder ist es einfach nur ehrlich und aufrichtig? Ja, und was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich das absage? So, ich sterbe da nicht dran und vielleicht habe ich mal einen Monat weniger zu essen, aber grundsätzlich haben wir in Deutschland eigentlich immer was zu essen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Ja, definitiv. Ja, schön. Also, ist euch beiden noch irgendetwas wichtig? Also, ich für mich habe das Gefühl, ich habe das, was mir wichtig ist, dazu gesagt zum Thema, was bedeutet Kooperation für mich und welche Mehrwerte bringt es für alle so, aber gibt es noch irgendwas von eurer Seite? Vielleicht abschließend noch zur Kooperation, zu Netzwort gehört ein bisschen Mut, weil es ist immer natürlich durchaus ein Schritt in einen ungewissen Wald rein, wenn ich die Partner oft nicht kenne und wie in vielen anderen Bereichen auch, kann es natürlich auch sein, dass ich enttäuscht werde, dass irgendwo, sei es auf der persönlichen, auf der Angebotsbasis oder auch auf dem Geld nun nehmen, was wir schon hatten, dass es da einfach nicht passt. Aber das ist ein Risiko oder ein Detail, was ich kalkulieren muss. Aber Kooperation und Netzwerk ist einfach so wichtig, weil alleine wursteln wir einfach auf unserer Scholle herum und wachsen nicht durch den Austausch, den wir links und rechts haben. Und selbst in der Kooperation, wo ich merke, das passt nicht, sehe ich da wieder einen Mehrwert für mich drauf, um zu wissen, mit wem passe ich dann. Ja, genau. Und deswegen, das Stichwort Kooperation kann ich eigentlich in jedem nur dazu ermutigen, egal in welchem Bereich, zu welchem Thema er sucht oder tätig ist oder was er macht, dass er sich einfach Mehrwerte durch mehr Menschen um sich herum ins Boot holt. Ja, genau. Und gemeinsam kann man da einfach stark sein. Genau. Ja, also ich finde, das sind schöne Schlussworte der Herren gewesen und möchte den Podcast damit für heute beenden. Schön, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Lieber Reinhard, vielen Dank, dass du aus München da warst und lieber Jürgen, du aus Heubach, bei Aalen, ja beide, echt eine lange Strecke auf euch. Ich komme immer gerne, in jeder Zeit gerne wieder, ja. Ich danke. Also, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.